ich bin wirklich ich komme nicht auf die karte weil ich also gibt eine fehlermeldung oder kannst du noch mal versuchen nach zu schauen also noch mal komplett raus und wieder rein jetzt am spielteil wobei die schnauze der krieg gar kein fall und keine explosionsschaden ja was ist feuerschaden geht alles in schuriken kriegst du auch nicht krieg ich auch nicht gut dann stelle ich mich jetzt hier jetzt wirst du ich brenne dieser sound hier brennt ja alles einer wer war das hier gerade vor mir shit ich habe nicht darauf geachtet wir heißen die noch mal ganz genau großartig auf street a 13 workshop von ttt ich habe schon genannt als ich bin ich bin ninja man das will ich bin ninja ich bin für dich und nicht mal feuer wie kommen wir hier in den verkackten workshop nochmal oh ja nice äh bam ich bin irritiert ne diegel ist doch was schönes äh hier gibt es kostenlose sachen zum mitnehmen hier ein topf ein fernseher eine tasse mit hardly walking draufsteht und äh ja also wenn ihr wollt ähm ich spiel meinen fernseher mit aha könnt ihr mir nochmal ganz gut sagen wie die hier heißt entschuldigt hi game wenn ihr gleich wieder dazu kommt und Zeit habt meine ich dann du bist verletzt ähm ja ich bin da runter gesprungen von ttt workshop oder so okay dann kriegst du meistens den dann kriegst du auf jeden Fall äh ah ok schula ist irgendwie zerlegt gerade glaube ich was denn das so ne scheiß Twitterfalle alter gemacht oooh so n dreck was du gemacht hast ich hab ne Twitterfalle ausgelöst und die hat mich gekillt ah ich bin auch hier drin gestorben ok könnt ihr mir jetzt bitte nochmal ganz kurz sagen wie diese Karte heißt dann finde ich die ja mit Sicherheit auch äh Grove Street genauer also entweder nach Grove Street suchen oder halt ttt unterstrich grove street unterstrich a13 grove k k r o v e s t r e e e t Ich bin immer die Erste. Ich hoffe, dass es die richtige ist. Achso, äh, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal das. Ist der Material? Anscheinend... Du kommst auch noch mal aufs Dach hoch. Du musst auch nur ausm Haus... Läuft. Du musst nur im Haus aus... Okay. Da ist er doch schon. Also, Freak ist grad beigetreten. Ja, vielleicht disconnect ich auch wieder. Genau. Das ist doch eigentlich komisch. Äh, was hast du da dringend grad gemacht? Wir haben aufm Spiegel geschossen. Okay. Wolltest du dich grad selber zum Stakal-Sidekick machen, oder was? So ungefähr. Mit zwei UC-Schüssen. So, so. Ähm... Okay, schulde. Mhm. Alles gerade. Oh! Ich hab nichts gesehen. Das hab ich gesehen. Fuck. Haha. Dann schwein! Nicht getroffen. Aber gut, ich hätt's wahrscheinlich auch nicht getroffen. Weißt du? Weißt du? Leo, Leo, Röller steht grad vor mir. Tut nix. Bam. Headshot. Hahaha. Die Sau, Alter. Hahaha. Also, ich seh leider nicht. Ich find, ich find die Karte nicht. Google doch einfach mal nach, äh, nach TTT Workshop. So. Da findest du meistens, äh, hast du meistens dann mehrere Karten auf einmal raus. Mh, 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 mh. Das ist, das kann ich auch bei Steam dann direkt machen. Alter. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich hab's nur gehört. Oh, lol. Was? Äh, hier ist Schulle tot. Das ist ziemlich verletzt. Okay. Und weggemacht. Ey, ey, ey. Traitor Wins. Warum warst du nicht krass runtergeprügelt? So ne Scheiße. Ne, weil wir irgendwie ineinandergebackt sind. Ja. Wir waren ineinandergebackt und haben uns quasi gegenseitig gekillt. Lol. Oh ne Kacke. Traitor Wins. Wir hatten jetzt schon Schaden gekriegt. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ist wahrscheinlich egal. Söhle. Auf zum Atem. Auf zum Atem, 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 Atem. Echt jetzt? Wer war das? Wurde schon geschossen, oder was? Nein. Wurde schon geschossen, oder was? Random Damage. Warum stehst du euch immer ohne Waffe da, wenn du mich... Was steht Leo da einfach so rum? Ich versteh's nicht. Warnschuss. Der Nächste trifft. Ey, der ist ein Pulli gefallen. Der ist ein Pulli gefallen. Ich glaub, er ist Traitor. Ich glaub, da kommst du nicht rein, Uwe. Nein. Nein, ich bin nicht. Okay. Nee. Ah! Ich bin hier rein. Wer war das? Wer war das? Ich geh hin, der hier reinkommt. Nein! Ich bin hier einfach reingebaut. Das ist ein Traitorfall. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Was? Also, ich bin's wirklich nicht... Nein, nein, das war Schunde. Der hat mich mit Amaterasu angegriffen. Oh shit. Na toll. Hat ne Dreckswaffe. Ich hab nen Spaten, Guys. Geile Waffe gefunden. Endlich. Oh, bist du wieder drin? Ja, ja. Hab ich grad zum dritten Mal gesagt. Disco Disco Party Party. Oh, okay. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Auch nehmen wir den hier. Hallo. Gibt's hier auch irgendwo bessere Waffen, Alter? Ah, ja. Zum Beispiel eine Shotgun. Und eine Toilette. Das wär'n... Das wär'n Träumchen. Also die Shotgun. Die Toilette fänd' ich auch immer nicht schlecht, wenn man die mal hat. Also jetzt nicht unbedingt jetzt, aber so grundlegend. Na, na, stimmt. Haben ist besser, als brauchen, ne? Das stimmt. Da ist er. Ich werd' gerade transportiert. Ich werde gerade... Aha. Okay, darum trägt Sascha da ein Fass rum. Warum? Warum? Darum. Fum. Er muss jetzt singen. Oh. Äh, außerhalb der Web steht dann gerade. Er muss jetzt singen. Hier, ans Ende der Web zumindest. Ach, darum. Ähm. Warte mal. Ich komm hier nicht rein. Äh, könnt ihr mich mal wieder hier rein? Ah, ja. Nice. Theoretisch jetzt. Baboom. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Na schau. Ja, was... Er tut eigentlich Nare ja schon wieder rum. Keine Ahnung. Er macht doch bestimmt wieder irgendwo kurz. Guck mal, der hüpft hier rum. Wer ist denn der? Lalalalalala. Lalalalalala. Hm? Lander. Troll. Yay, ich bin Troller. Tschuldigung. Troll. 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 Da finde ich gerade auch. Ich habe null Leben. Ich habe wirklich null Leben. Ohne Spaß. Null leben kann jetzt sein, weil du dich minimiert hast und damit verlierst du 50 HP. Näh, ich glaube 50 HP und nicht die Hälfte. Das disproportionale Anzeigepack ist. Fuck, wo kam das her? Ja, das war ja auch schon. Ja, der... Um den Gasbus. Was machst denn du da oben, Alla? Alles klar, Alla? Ich würde mich dazu geben, ich bin sehr froh, dass ich die Web jetzt geholt habe. Hat sich jetzt gelohnt für mich? Nö. Das war eine weitere Folge TTT Trouble in Terrorist Town. Vielen Dank fürs Einschalten. Oben rechts habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Unten links könnt ihr euch durch die Playlist von TTT klicken und unten rechts wird ein Video angezeigt, das euch vielleicht ebenfalls auf meinem Kanal interessieren könnte.